Hallo, mein Name ist Manuel Thuli, ich bin 25 Jahre alt, bin Absolvent der Hackmütz-Zuschlag und arbeite bei der Raiffeisenbank Mürztal im Private Banking. Als Mitarbeiter im Private Banking habe ich die Aufgabe, meine Kunden im Bereich der realfassenden Finanzplanung zu beraten. Im Vordergrund steht da bei der Wertpapier-Bereich, also zusammen mit meinen Kollegen erarbeiten wir Wertpapier-Konzepte und diese passen wir auf unsere Kunden an. Das Beste in meinem Job ist vor allem die Abwechslung. Der Kapitalmarkt an sich bringt einmal durchaus jeden Tag was Neues und außerdem in jedem Kundengespräch hat man ebenfalls wieder eine neue Situation und man spricht über seine Kunden, alle Themen rund ums Geld und keine Situation oder kein Gespräch ist wie das andere. Gut, erste Erfahrungen im Bankenbereich habe ich während der Schulzeit in einem Praktikum bei uns in der Bank gemacht. Nach Absolvierung von der Maturin der Hackmütz-Zuschlag habe ich begonnen am Schalter als Servicemitarbeiter zu arbeiten, bin dann nach und nach immer mehr in die Beratung gekommen und im Vorjahr habe ich dann die Diplom-Finanzberaterprüfung abgeschlossen, die für den Bereich Private Banking wichtig ist und seitdem bin ich hier im Private Banking zu finden. Ja, ein Nachteil ist es sicher für Personen, die gerne in der Natur arbeiten, in der frischen Luft, weil in unserem Bereich ist man schon acht Stunden am Tag im Büro und vor dem Computer, geht auch ein bisschen auf die Augen und so weiter mit der Zeit. Aber ich glaube, es ist auch gleichzeitig wieder ein Vorteil, weil wenn es draußen regnet und ziemlich kalt ist, dann ist es sicher ein Vorteil, wenn man im gut klimatisierten Büro sitzt. Die Ausbildung in der Hack hat auf alle Fälle das Fundament für die weiterführenden Ausbildungen gelegt, also man fühlt sich natürlich super vorbereitet. Im Wirtschaftsbereich, man versteht manche Zusammenhänge schneller, während er diese Ausbildung nicht hat und war auf alle Fälle ein Vorteil, die Ausbildung genossen zu haben. Also beruflich ist es meiner Meinung nach immer wichtig, dass man dranbleibt, sich weiterbildet und schaut, dass man nicht auf dem Bereich, wo man jetzt gerade ist, stehen bleibt. Darum sage ich mal, ist es in absehbarer Zeit für mich wieder wichtig, eine weiterführende Ausbildung zu machen und in dem Bereich sich selbst weiterzuentwickeln. Also nach einem Arbeitstag ist natürlich noch genügend Zeit für anderes. Ich bin leidenschaftlicher Musikant, also spiele ich in der Band B23 zusammen mit vier anderen Personen und zudem dadurch, dass man doch sehr viel sitzt und im Büro ist, ist natürlich der Ausgleich Bewegung an der frischen Luft auch immer eine gute Sache. Also das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass man neugierig bleibt und interessiert an dem, welche Möglichkeiten gibt es für mich, dass ich viel mit Menschen spreche, die im Berufsalltag drinnen sind, die einfach fragen, okay, was ist in deinem Beruf los, was hast du für Aufgaben, vielleicht einfach so ein Interview führen, wie wir jetzt gerade tun, dass man sagt, okay, was zeichnet deinen Beruf aus. Für mich persönlich war, wie gesagt, es wichtig, verschiedene Praktika zu machen und dann auch war für mich der Weg Richtung Bank irgendwie so für mich selbst vorgegeben und habe dann auch die Ausbildung in der Hackmütz-Zuschlag gemacht, was für mich der klare Weg war zum Beruf und ja, hat alles funktioniert.